ausgezeichnet zwei kill wieso habe ich nur ein boah ich hab sogar noch ein jetzt direkt bei obi waren ja wie tut die blocken wie macht ihr hat weiß nicht jedenfalls vielleicht kann man auch nicht blocken einfach nur voller angriff oh mein gott dann hätte ich sterbe dadurch danke immer noch ein keller zu da kommt schon noch ein kenn ich verstehe ich habe man natürlich gesehen ob das hier wenn man diesen muss von der seite so gerne so macht ja 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 zwei rank up lootbox halten naja ok learning the basics ja da ist ein solter vertenment multiplayer map die muss ich alles bekommen um oder war und ich irgendwie options das mal kurz gucken schätten tut irgendwie nicht irgendjemanden nach ganz auch ding ist ja okay ja wie mir schon gedacht eigentlich möchte dingen zirken man kann sein steuerkreuz irgendwie ändern oder fadenkreuz mein gott hier meine level wollte ich hier bekommen das wird irgendwie auch in dings spielen ja immer noch mehr im endspiel ich finde gut dass sie ja so hauermat gehört zudem ich bin klüger als ihr ich bin roboter hat jetzt mal bleiben wir ein bisschen weiter hinten sagen weil wir spielen immer noch wir müssen eigentlich die klontruppen jetzt wieder spielen oder so abwechselnd keine ahnung aber wo wo wie ist er soweit hier vorne hingekommen mal als die karten die entscheidenden kampf wäre das alles muss man in der nähe von dem dingen bleiben damit das weiter nach vorne geht oder schneller nach vorne wieder so ich weiß das alles noch nicht müsste mir das sagen wo er wenn ich die part hochgeladen habe kann ich sowieso keine hilfe mal annehmen wie beta dauert nur zwei tage da kann ich jetzt nicht viel irgendwie machen da die schießen auf der teil aber okay 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 in der typ dann ist ein typ für den da war ja nicht mit der ersten abschließend ich mich an der ersten abschließend noch zwei andere schießt die ab es geht ich lebe noch alter wenn die mal jemand da hinten erledigen ich markiere die vor da war meiner der war so was gemeinern oh gott da schon wieder jemand am rollen gewesen noch wieder hat es ist ein mysterium man ist hier in der langsam wird nur gucken wir mal auf der karte hier los ist die leute hier alle sind und dann geht es auch noch mal ein noch ein geh hat ja oh gott dachte man kann leiden ich habe schon doppelt so viele leute gekillt wie vorher mein folgen spielen ist schon seine füße was hat mir zündigen bei meinen balken aber was ich schieße oder genauso wie er ist kein zeichnen weil ich gesehen habe habe ich gedacht aber kollegen ich tue alles um mich zu töten hat geklappt jetzt wunderbar ich weiß noch nicht genau wie das spiel muss hier funktioniert ich nehme an die müssen darauf schießen wir müssen die töten bevor sie darauf schießen mein gott jetzt geht es aber richtig ob man wie lange ich schon nicht gestorben bin wir mal irgendjemand muss hier in der nähe bleiben oder warum stehe ich mich da ist gerade jemand gestorben und ja ja er war knapp so hat er so wenig ich habe jetzt nicht so an so hat sich allerdings noch ja dann von zwei spiele mit dem vorkommen 1715 punkte wenn ich geil was hat hier ist das ist ein schiff da war mal abwechslung hier reinbringen ok muss ja für jeden charakter irgendwie auch erfahrungsmittel sammeln und so nicht an gott haben wir es geschafft so gut wie gar keinen stand da ist jemand aber im laufen wo wisse kommen ja blöde was gar nicht war doch mal eine mini gun ausgurde in der hausse ab und schnappen wir uns geben uns doch hat ja ja du wirst ja niemanden schon wieder einer von uns alter kann ich diese weniger in verbindung mit meinen schild einsetzen ja ich weiß ich check auf meine statistik so nichts machen also ja mal ein superkampf ruiden ja was geht na cool das mal käte nämlich an mein gott ihre fähigkeiten sind auch voll schnell aktiviert was in episode 2 hatten sie irgendwie eine ganze am eh von diesem ding an jetzt und sehen hier nur ein paar ausschicken das ist dieser grüne leser haben dauernd das ist der maul tonier man muss kommen erst wenn wir hier sind ich habe dauernd api wenn wir uns so schnell oh mein gott weil er nicht ein superkampf wo jetzt ja irgendwie war ja die dinge hier und verdammt jackpack auf dem januar nicht gesehen einfach geht nach ok punkte von die haupt sommer plaks okay aber war gut so müssen wir jetzt machen wir müssen ja dinge erledigen ich mich vielleicht mal darauf konzentrieren oh gott weil dabei gesagt ja ich kann den schild auch damit 95 da müssen wir sogar hier dieser besser komme ich nicht so weit so schnell drehen und darf mal wartet da direkt wer du packst dann schlitt sich die auf so da wir sind aber weiter als vorher hans olo wenn wir noch passiert waren es im spazieren ja das sind wir nicht dann kommen wir nicht da ein ja ich habe ich die geblendet wenigstens sieht so aus und sich nicht gerade sehr weiter bewegt hier noch mal wie hoch ist bringt sind wir nicht so war ich schon besser als den uns dürfen die an solchen job points seien wir müssen da irgendwie rein auch jetzt nix haben wir alle so an einer tür hey bist du Ahaha Ahaha Sehr hot was man hat denn eine granate geworfen ließen allmöglichen teile zu sprungen ich sterbe kriegst du noch eine art naja nichts gemacht so kann ich jetzt ein superkampf wo jeden hier steuern es war noch mal superkampf keine ahnung hat die meisten davon die sind ein bisschen oh mein Gott was das hier hatte los war auf jeden fall sehr viel besseres spiel als von freuden übrigens ein latino wieder mal so ein cut kommt ist wahrscheinlich längst gekommen das war meine aufnahme alle 30 minuten immer im cut macht also ja nicht wundern wenn auch mittendrin irgendwie weil er nicht irgendwo vollkommen anders bin in einer sekunde alter play galactica soll trade officer kleine herr mit rupa mit einem multiplayer map das wird noch ein bisschen darum will ich so viele bekommen aber die nacht ist noch jung um elf vor angefangen zu zocken abends man diese ganzen crates bekomme ich dann so am ende ich versuche mal ja alle erst mal zu bekommen da kommen wir mal 12 kälte war schon sehr gut da sind wir klone jetzt noch mal wieder klonen ok wir haben nichts ja es kann gut dann stehe jetzt aber kräft und diese kräft und kein kräft das ist aus wie hat kräft zeichen also sieben und einfach darauf schließen oder nicht da müssen wir die dinge benutzen um den kaputt zu schießen das macht irgendwie mehr sind also ion destruktor und jetzt mal sehr stark an wenn das so wie im ersten teil ist dann geht der erste teil waren waren at also dass er wieder ein vollkommen anderes kaliber nämlich an also gehen zum beispiel auch leiden gg so und damit kann man jetzt aufschießen das machen wir ich hatte einen verdammten struktur dafür nicht sterben man dreck also macht man schaden gegen das ding alles klar dann weiß ich jetzt auch was zu tun ist okay blöde dinge das liegt noch da ich nehme an die können dann auch aufheben die ruinen oder wird jemand hier ja machst du da aber jemand sein gegangen und dinge aufgehoben hoffentlich weil ich nehme an warte ich jetzt mal annehmen ist das ding irgendwie schilder kaputt machen wir können eine kurze zeit darauf verhandeln oder macht an allgemeinen hier hat sieben schaden gemacht jetzt kommen wir darauf ballern aber jetzt nicht mehr geht deswegen ist da unten links drauf ja da war doch ratten wegen leute wollen liefert doch noch kriege ich ja schon auf die fristung bevor ich irgendwas mache ich zur fahrt die plp sandals player bestimmt schreckt seinen kanal weil es ja okay wenn der lps mit der wahrscheinlich videos machen gott da weiß los sie aber warum kriegen wir jetzt auf presse ich sage vielleicht auch das ding los gehen wir sind weg alter kann ich mal irgendwas machen ja warum bin ich noch nicht ging warum ja ich meine immer starkes oh mein gott ist klar wenn die neue 80er bereich sind ist jetzt nicht gut da kann ich auch heben ich kann mal für euch wird aufgehoben wenn er nicht aufgucken hat sehen die gegner dann wer hat den gerade am tragen ist wo ich kann da nicht kaputt und glaube ich dass die meisten wissen gar nicht zu tun ist oder ich verstehe es nicht was macht ihr da war das ist eine waffe ich dachte da ist irgendwie so eine arketen werfe also mal ganz lange bewachen jetzt deshalb machen gerade da ist ein schaden gemacht ja ja mit dingen wir denken nicht beschützt sich so gut wie es meine fähigkeiten erlauben jemand seitdem die platierer liegt da liegt da natürlich liegt es da liegt es gut naja ehrlich so im ende also ich muss an wie sehr aber wir sind nicht so schlecht gerade nämlich an glaube ich warte im salz heavy hier steuern die punkten mehr da wo sie ja in m ober 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 natürlich hat sie gegen den blöden boden hey es geht sehr blöd was hier gerade war ich erster kill danke dass sind dumme aktion nicht gemacht haben sind und dafür war doch so eigentlich deine ecke da müssen wir nicht mal annähernd sein sieht man ja gar nicht so hier ab zuvor die players okay klar ich muss habe ich steuern in diesen boxen die ich bekomme ich kann natürlich stärker nehme ich an also hat diese grünen strahlen immer sie sind die union destruktor so den gesehen ich bin jetzt ein senpai noch ein watt ok wie viele punkte ich habe da vielleicht nur ein kill hat in mainz quad bist du drinnen wirst du ich bleib so macht man in der näher wo ist das boah da bin auch geil wenn ich das nicht ja Ja.